Ich hätte ein schönes Beispiel dafür, ja, aus der gelebten Arbeit sozusagen, wo es oft darum geht, sich als Team entsprechend gleich aufzustellen, also alignen, wie man sagen würde. Also es macht einfach Sinn, wenn Mitarbeiter A das so ähnlich macht wie Mitarbeiterin B, weil dann ist man halt in einem System drinnen oder hat entsprechende Prozesse. Und auch wir standen da vor dieser Frage, wie gestalten wir diese Prozesse. Da gibt es ein bisschen eben ein Abstimmungsprozess im Idealfall, also damit alle da sozusagen an Bord sind und dann eben auch die Dokumentation dessen, was dann vereinbart wurde und aus dem heraus natürlich dann, wenn dann neue Mitarbeiter dazukommen oder wenn einmal wer von extern irgendwie was beitragen muss, wie kann er diese Informationen finden und mit denen arbeiten. Also genau das, was man eigentlich Knowledge Management nennen würde. Und weil aus der Entwicklersicht heraus natürlich andere Tools, sage ich jetzt mal, mit höherer Einstiegsbarriere möglich sind, also für Nicht-Entwickler sozusagen, haben wir das Tool gewählt, mit dem wir eh jeden Tag arbeiten und haben dort auch diese Prozesse, da gibt es halt dann auch so Abstimmprozesse dazu gewählt und jetzt haben ein paar Leute angefangen, solche Guidelines oder auch Patterns oder was auch immer zu schreiben. Und zu sagen, so wollen sie das haben. Und die stellen das dann mal quasi zur Verfügung, so auf den Marktplatz hinaus quasi zur freien Debatte. Und dann müssen die anderen das approven im weitesten Sinn und oder ihre Kommentare dazu schreiben, warum sie das nicht gut finden. Ja, und dann, wenn das dann irgendwie ein Konsens gefunden wurde, dann wird das auf der Art und Weise veröffentlicht. Und dann sinngemäß jederzeit kann an wer hergehen und kann sagen, er möchte dazu einen neuen Vorschlag einbringen oder den alten abändern und startet sozusagen diesen Prozess von neuen an. Der ist sehr asynchron, der Prozess, also das kann jeder machen, wenn es ihn gerade gefreut hat. Man kriegt das mitgeteilt über die diversen Systeme, dass es da was gibt und dann kann man sich da einloggen, mitlesen und nachlesen. Und das bringt halt irgendwie diesen kollaborativen Charakter heraus, den du jetzt schon erwähnt hast. Also ich glaube, das wird ziemlich sicher zu einem besseren Ergebnis führen. Also wenn du hergehst und sagst, so, ich habe mir in meinem stillen Kämmerchen mal was überlegt. Wir machen das ab jetzt so, so, so und so. Ich finde sie das alle total so toll wie ich. Ja, also das ist sicher ein bisschen schwieriger, als wenn man das aus dem Team heraus kreieren lässt, mitbestimmen lässt und etc. Dass das nicht überall geht, ist ganz klar, aber es kommt halt auch ein bisschen auf den Rahmen drauf an. Ich meine, wenn du jetzt ein Tool einführst für dein Team und im Unternehmen gibt es sowieso kein Tool, dann bist du wahrscheinlich relativ frei in deiner Gestaltung und wie du das tust und dann lässt sich das sicher realisieren, dass das wer aus dem Team zieht. Es gibt ja meistens jemanden, der sich für solche Themen interessiert und dann kannst du das dort und das weißt du hoffentlich, weil du ja in enormem Kontakt mit deinen Mitarbeitern stehst, um diese Fintech quasi gleich so zu nehmen. Und ja, aus dem heraus gelingt dann sicher mehr, als wenn du alleine voranschreitest und alle anderen ziehen musst, damit dir überhaupt irgendwas passiert.